Jo Leute, was geht ab? Ich zeige euch heute mal, wie ihr mein neues Album, Relikt der letzte Nacht, bei Amazon kaufen könnt. Das ist ziemlich easy eigentlich. Wir sind zum Beispiel jetzt hier auf einem Video von mir, was ich in den letzten Wochen hochgeladen habe, das Musikvideo. Und dann gucken wir hier, aha, und darunter steht schon Premium Edition oder Standard Edition. Ich möchte die Premium Edition mit DVD, weil die ist ziemlich cool. Klicken wir mal drauf auf den Link, der dabei steht. Kommen dementsprechend sofort zu Amazon und dann haben wir hier, aha, okay, das Cover, Premium Edition, hier bin ich richtig. Kostet im Moment 20,98 Euro, der Preis wird aber sehr wahrscheinlich noch fallen. Und ihr zahlt auch erst am 14.11. den Preis, deswegen macht euch keine Sorgen, wenn am 14.11. das Ding 6,85 Euro kostet, zahlt ihr diesen Preis. Also, keine Sorgen. So, hier, jetzt gehen wir auf jetzt vorbestellen. Aha, wurde zu meinem Einkaufswagen hinzugefügt. Ja, nehmen wir mal zur Kasse. Okay, es gibt hier, ah, hier, Pipapo, Standardversand, bis zu zwei Werktage, am 14.11. soll es voraussichtlich ankommen, das ist richtig so. So, gehen wir auf jetzt kaufen und schon ist das Ding gekauft. Ihre Bestellung wird bearbeitet, am 14.11. liegt das Ding in meinem Postfach. Ich freue mich auf jeden Fall und ihr könnt es mir gleich tun, einfach auf den Link hier unter dem Video klicken. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank.